Hi! Hast du schon was von Olympia gehört? Oder du? Oder du? Oder du? Oder wie sieht's mit Lean aus? Ja, Lean kennen wir auch, oder? Haben wir alle schon mal was gehört? Und wenn ihr Lust habt, Lean und Olympia zu verknüpfen, dann müsst ihr auf jeden Fall zur Lean Challenge kommen, weil da lernt ihr von Spitzensportlern, wie ihr beides verknüpfen könnt und in der Industrie die Goldmedaille gewinnen könnt. Viel Spaß!